Hallo hier da draußen und willkommen zurück zu Battlefield 3 Und hier haben wir noch ganz viele Gegner, die wir töten müssen Eigentlich frage ich mich wirklich, warum wir die Polizisten töten müssen Kann sein, dass wir gerade eine andere Rolle spielen oder sowas, weiß ich nicht Kann ich jetzt nicht sagen Boah, Alter Ich hätte den fast abgeschossen Wow Waren wir nicht, waren wir nicht, waren wir nicht Das Problem dabei ist, wir waren es wirklich nicht, wer war es dann? Pfeif dich Oh shit Oh Ah Scheiße Du wixer Also Komm schon! Komm schon! Komm schon! Komm schon! Wir müssen uns nicht aufstehen! Wir müssen ihm machen. Komm schon! Komm schon! Wir müssen uns gehen! Komm schon! Los! Ihr Schweine! Ihr habt ihn umgebracht. Das werdet ihr teuer bezahlen. Du Wichser! Ich glaube, jetzt juckt es nicht mehr. Jetzt sollen wir einfach nur noch laufen. Bleib stehen, du Penner! Ich krieg dich! Ich mach dich fertig! Und weg mit dir! Ui! Oh! Nein! Nein! Oh shit! Fuck! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Mission Donnerlauf! Wann war das? Vor 10 Stunden. 80.000 Toten. Explosionsort war die Euronext Börse. Wie fühlt sich das an? Glauben Sie etwa, ich wollte das? Ihr Regierungsspitze seid echt noch kranker, als euch nachgesagt wird. Ich will verhindern, dass das gleiche in New York passiert. Wer glauben Sie hat das getan, Sergeant? Die PLR und Solomon. Der Explosionsradius passt zu einer russischen Kofferbombe. Wir haben Dima zur gleichen Zeit im Land aufgegriffen. Wissen Sie, wonach das aussieht? Dima wollte es verhindern. Diese Bombe in Paris muss eine der fehlenden gewesen sein. Schwachsinn! Und dann? Hätten Sie sich trotzdem geschehen lassen? Sergeant! Denken Sie doch mal zurück. An die Bank. Sie sagten, die Pariser Bombe hätte was mit der Bank zu tun. Echt Dima. Unmöglich. Ich warte. Wir hatten einen Notruf abgesetzt. Anvil 3. Teil der Charlie-Kompanie. Erste Panzer. Sie kamen, um uns zu holen. Miller kamen, um uns zu holen. Okay. Mann, ich klicke irgendwie immer einfach nur... Achso. Miller weg mit dem Dino, wir müssen los! Miller lass den Scheiß! Der Krieg mehr sehen, Miller. Der Krieg decreten. Die 2, die 3, die 3, die 4, die 5. Pflanzereien lassen. Ich habe das geschehen lassen. Okay. Der Krieg Cela ein und die 3, die 4, die 5, die 4, dann bearbeiten. Was? Der Krieg. Der Krieg. Was sind ein paar Panzer, die hier, ne? Mera, hörst du mich? Auf Station. Verstanden. Mera, mit Folgern ausdrücken. Ich kann losgehen, mein Ziel ist schon total unruhig. Okay, Hafenbereitschaftsgrad 1. M3-1, John 3-3, in welchen sich Kontakte, bitte helfen raus. Negativ, noch nicht. Okay, alle zuhören. Wir sehen uns weiter. Wow. Was ist das denn? Wow. Boah, Alter. Bats. Erster weg. Bats, nächster weg. Bats. Bam. Bats, und noch einer. Bam. Zerstört. Die hab ich alle zerstört und ihr habt auch nur dazugeguckt, ihr Hässlichen. Komm doch, ja, ja, ernst. Wow. Wo denn? Wie schaltet man denn mal ein? BAM! Eingetroffen. BAM! Nächsten getroffen. Gut. Okay, da sind wir jetzt also hin. Hoffentlich. Oh oh. Was war das schon wieder? Aufpassen! Die Arme ist am Arsch! Alle Stationen, Halt, Halt, Halt! Sieh, Information, ich will nicht, Sieh, Information, wartet auf weitere Befehle, Out! Alle Envel einhalten, hier ist Super 1-1. Kreisen jetzt über euch und stellen Drohnenübertragung durch. Okay. Math. Envel 3-1, die Raketenquaterie ist euer Primärziel. Luftnahunterstützung auf Station. Verstanden, Führung, Envel. Halten uns bereit für Kompassierung. Was für ein beschissenes Team. Wow. Ganz schön. Schnell, Miller. Markier das Ziel. Envel 3-1, wir markieren eure Stelle. Luftnahunterstützung ist in 5 Sekunden da. Achtung. Los geht's. Oh, die räumen gerade aus. Einsatz abgeschlossen. Minimale Schäden an feindlicher Position. Wir ziehen jetzt ab. Over. Verstanden, Ralf. Werde Ultra-3-4 unterrichten und sofortigen Neuangriff vorschlagen. Führung Envel muss sich eventuell darum kümmern und die BDM-Stellung angreifen. Out. Lade, Riet! Weiter geht's, würde ich sagen. Los geht's. Boah, hallo, was hätten wir immer noch näher an mir ran, ey. Boah, ey. Ich tue ja, was ich kann. Ich tue ja, was hätten wir noch näher an mir ran. So. So. Mal alles hier abwetzeln, du. Oh Gott, der zu uns. Ja, das ist unser. Hier haben wir auch noch einen. Okay, alles zerstören. Alles zerstören. Boah. Auch gut. Das, äh, ist gut gelaufen, würde ich sagen. So, ey. Okay. Bevor wir jetzt da hinten hinfahren, verarsche ich mir erstmal von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch gefallen. Lass wieder eine Bewertung da. Und wir sehen uns im nächsten Tag wieder. Bis dennet. Ciao. Ciao. Ciao.